Hey Team, was geht? Herzlich willkommen hier vom Kanal Ardus Lifestyle, dein Name ist Modemox Lifestyle-Ged Frisch aus Hamburg. Ja Leute, es ist soweit, ich habe ja, oder ihr habt es ja schon in meinen Storys auch gesehen, ich habe von Rules, einer Skincare-Brand aus Berlin, Produkte zugeschickt bekommen für sie und ihnen. So schauen die tollen Produkte aus. Ich habe auch mit Instagram öfter schon mal gezeigt, wie ihr das anwendet. Ihr werdet auch ganz gerne in die Wand Highlights gucken, Rules oder einfach mal einen Realize checken, da erkläre ich euch, wie das Ganze funktioniert. Ich werde euch das auch hier nochmal ganz kurz erklären. Ganz kurz am Rande, diese Produkte hier, wo bekommt ihr die? Natürlich bei Rules. Ganz kurz vorweg zu den App-Produkten. Was können die Produkte bzw. was ist denn, wenn ihr Produkte enthalten? Ich habe euch, wie gesagt, alles nochmal verlinkt von Rules, da könnt ihr euch nochmal lesen. Deswegen reiste ich das ganz kurz an, dass ihr einfach kurz einen Eindruck bekommt, okay, was erwartet mich? Okay, das sind die Produkte, das ist drin. Alle Produkte bestehen aus natürlichen Inhaltsstoffen, die natürlich wissenschaftlich auch geprüft sind. Also Rules bedient sich quasi, was unsere Erde, was unser Zuhause quasi uns bietet an Materialien, also eben an Ressourcen. Um daraus eben coole, wirksame Produkte herzustellen, ohne Chemie, ohne noch zusätzlichen Stoffen von außen, die da nicht verloren haben. Was ich auch sehr gut finde, Rules achtet auch auf Nachhaltigkeit bei ihren Produkten und Verpackungen. Und für jedes verkaufte Produkt wird eben auch ein Baum gepflanzt. Das finde ich auch richtig, richtig gut. Was ich auch nice finde, ist, dass Rules einfach, die Brand einfach eine Skincare-Serie aus diesen drei Teilen eben entworfen hat. Für jeden Hauttyp. Also gerade auch, wenn du empfindliche Haut hast, passt das richtig gut. Es ist super hauterträglich. Ich persönlich vertrage es sehr, sehr gut. Ich nutze es täglich in meiner Daily-Routine. Und ich muss echt sagen, das Hautbild hat sich für mich durch diese Produkte ganz klar auch verbessert. Die geben sich richtig, richtig viel Mühe mit ganz viel Liebe. Und die Produkte sind eben nicht nur optisch. Und was ich ganz wichtig finde, das spricht zu 100% für Rules auch. Es gibt ja viele Firmen, die haben eine tolle Homepage und man denkt so, wow. Und man bestellt sich die Produkte und denkt so, hui, pui. Bei Rules überhaupt nicht. Die haben ein super authentisches, einfaches, überschaubares Auftreten, auch was die Homepage angeht. Also ihr geht drauf und ja, es ist einfach schön gestaltet. Es ist aber auch so gestaltet, dass man einfach das, was man sucht, also was man wissen möchte, auch findet. Und natürlich sind die Produkte auch 1A. Also die Produkte sind natürlich das, was ich versprechen, qualitativ, hochwertig. Haben natürlich auch ein schönes Design durch dieses Schwarz. Aber es geht ja auch nicht, was drin steckt. Und da sind die Produkte ganz, 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 ganz weit vorne. In der heutigen Beauty-Szene, wo das Meister eh alles nur aus billigem Wasser besteht. Und eigentlich nur mit Chemie vollgepumpt ist. Und für viel Geld verkauft wird. Und eigentlich euch gar nichts bringt. Es wird euch nur verkauft. Und diese Cremes mit Vieh Chemie, die bringen auch nur etwas, wenn ihr sie eben täglich auch nutzt. Sobald ihr die mal nicht benutzt, ist eure Haut total ausgetrocknet. Weil eben Hauptbestandteil Wasser ist. Das ist natürlich richtig giftig für die Haut. Und das mal ganz kurz, Funfact am Rande. Wir wollen ja bei Rules bleiben. Ich stelle euch jetzt ganz kurz die Produkte vor, inwieweit ihr, wenn ihr euch dafür entscheidet oder das mal ausprobieren wollt, es einfach anwendet. Für wen sind denn die Produkte in drei Points abgehakt? Also die Produkte sind natürlich, nachhaltig, vegan. Ja, zweitens, easy und wirkenstarke Hautpflege. Also einfach anzuwenden mit ganz viel Power. Und drittens, für jeden Hauttyp. Und selbst, was ich eben schon sagte, für sehr empfindliche Haut. Ich habe eben auch sehr empfindliche Haut. Also, wie gesagt, für jeden ist was dabei. Und jetzt geht's los. Und ich zeige euch die App-Produkte. Wenn ihr anfangen, wie gesagt, ich sage es nochmal ganz hin, ich habe euch das einmal gezeigt auf Instagram in einem Reel. Findet ihr bei mir auf Instagram. Wir fangen nämlich erstmal an mit Step 1. Es steht hier auch immer auf den App-Produkten drauf. Da braucht ihr auch keine Angst haben, dass ihr da was ever gesst. So schaut das App-Produkt aus. Damit fangen wir an. Und zwar, das ist einfach der Daily Face Cleaner. Reinigt ihr erstmal die Haut im Allgemeinen vor überschüssigen Hautschuppen, vor überschüssigem Fett. Also, dass die Haut einfach mal richtig schön grundgereinigt wird. Was ich sehr cool finde ist, das ist auch super gesund, aber auch super gesund für die Haut. Und zwar Green Matcha. Natürlich jetzt auch gerade im Food sehr beliebt ist, aber auch sehr gesund ist. Natürlich ist hier drinne. Bin ich Fan von. Feiere ich richtig. Finde ich richtig nice. Genau, und das reibt ihr euch, nachdem ihr das Gesicht angefeucht habt, reibt ihr euch das so schön ins Gesicht ein. Und dann spürt ihr das Ganze aus. Und dann seid ihr damit eben auch schon fertig. Wie gesagt, aufschäumen, abspülen, täglich wiederholen. Anschließend das Exploding Water und unsere Creme auftragen. Dazu kommen wir gleich. Wie gesagt, es steht hier hinten auch nochmal drauf. Also da braucht ihr, wie gesagt, keine Angst haben, dass man das vergisst, wie was funktioniert. Weil man vielleicht jetzt denkt, oh, das sind drei Punkte, was nehme ich denn zuerst. Keine Ahnung. Als nächstes haben wir Step 2. Das ist das Daily Exploding Water. Das ist Step 2. Ist so eine Art, ja, also Aftershave will ich nicht sagen, aber so könnt ihr euch, wenn ihr neu in dem Thema drin seid, was Skincare angeht, so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Aber es ist wirklich kein, ach, das ist jetzt ganz klar. Das Daily Exploding Water. Was kann denn da das schöne Teil? Und zwar, es hilft an der Haut zu regenerieren. Es verjungt ein bisschen die Haut. Breit die Haut von abgestorbenen Hautschuppen. Es wirkt Porenverfeinern, was ich auch richtig üben. Also es ist richtig, es geht schön tief in die Poren rein und es ist wirklich reinigend und pflegend für deine Haut. Gibt deine Haut low. Und was ich richtig gut finde, aufgepasst für dich da draußen und gerade auch für die Leute, die ohne Akne leiden, es beugt Akne vor. Das finde ich richtig gut. Also es ist ein schönes Epidog und auch ein schöner Nebeneffekt. Denn auch ich hatte früher als Kind und als Jugendlicher ganz viel mit Akne im Gesicht zu kämpfen. Gerade die Stirn war richtig heftig betroffen. Von daher ist das ein tolles Produkt und schade, dass es das nicht früher gegeben hat. Aber egal. Trotz alledem kann man auch als Erwachsener ja noch irgendwie ein bisschen an Akne leiden. Auch im späteren Alter. Genau. Wenn du es anwendest, einfach drei bis vier Tropfen auf deine Hand geben. Einfach so ins Gesicht auftragen. Und dann lass dir das Ganze kurz einziehen. Als drittes kommt dann die Daily Cream. So schaut ihr aus. Das ist dann das letzte, was ihr benutzt. Was kann dann die tolle Creme einfach? Spendet Feuchtigkeit. Punkt eins. Schützt deine Haut vor Blue Lights. Unterstützt den Energiehaushalt deiner Hautzellen. Das finde ich auch wichtig und gut, dass die Hautzellen einfach nochmal angeriecht werden und eben durch die Creme einfach auch geschützt werden. Wirkt gegen kleine Falten. Sehr wichtig, gerade wenn man ein bisschen älter wird. Und es sorgt dafür, dass die Haut sich einfach beruhigt und eben das Hautbild. Was hier noch ganz, was hier eben drin ist, ist richtig cool. Und zwar Braunlage ist hier drin. Weißer Ingwer ist hier drin. Und 5% Niacinamid. Und ja, das waren die Produkte. Wenn du Fragen hast, schreib mich gerne an über Instagram oder hier einfach in die Kommentare rein. Wenn du sonst Fragen hast, schreib auch gerne Rules an. Check die Rules aus. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Neues nochmal empfehlen, mitgeben. Weil, wie gesagt, diese Produkte sind wirklich gut. Ich habe sie über einen längeren Zeitraum auch testen dürfen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, denkt dran, Support ist kein Wort. Alles ist verlinkt. Und hau rein und hab eine schöne Woche. Und wir sehen uns. Hau rein. Danke. 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 Bis zum nächsten Mal.